Sportlich, sportlich. Carmen Geist teilt ihr neuestes Fitnessprogramm auf Instagram. Die Millionärsgattin folgt dem momentan beliebten Trend des Hula Hoops und macht dabei eine spitzen Figur. Jetzt versuche ich das mal in den Ferien beizubehalten und schaue mal, ob ich etwas Gewicht verliere. Jeden Tag 30 bis 40 Minuten. Hashtag Training, Hashtag Hula Hoop. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ihre Follower sind auf jeden Fall beeindruckt. 30 bis 40 Minuten. Ich wäre schon glücklich, wenn das Ding oben bleiben würde. Respekt, schreibt ein Fan in den Kommentaren. Andere sind neidisch auf Carmens Talent. Bei mir sieht das nicht so schick aus. Wieder andere sind vor allem auf die Ergebnisse gespannt. Das ist mega, da mache ich mit. Die nächsten 30 Tage jeden Tag. Mal sehen, was sich nach 30 Tagen getan hat. Viel Spaß, liebe Carmen! Und jetzt device ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und ab vorall聚! Habizen! Tschüss! Tschüss! Und ab jetzt auch. Schlaf! Tschüss! Jahrhadeh! Tschüss! Schlaf! Schlaf! Töck! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.